Hallo meine lieben Kinder, jetzt kommt unser Thema Kleidungsstücke 16. Was ist das? Das ist die Tasche. Wie ist deine Tasche? Meine Tasche ist braun. Meine Tasche ist braun. Meine Tasche ist braun. Was ist das? Das ist das Nachthemd. Wie ist dein Nachthemd? Mein Nachthemd ist rosa. Mein Nachthemd ist rosa. Mein Nachthemd ist rosa. Was ist das? Das ist der Pyjama. Das ist der Pyjama. Das ist der Pyjama. Wie ist dein Pyjama? Mein Pyjama ist grün und gelb. Mein Pyjama ist grün und gelb. Jetzt von vorne an sagen wir alle Wörter schön zusammen. Geht's los. Das ist der Gürtel. Das ist der Schuh. Das sind die Schuhe. Das ist der Stiefel. Das sind die Stiefel. Das ist die Badelatsche. Das sind die Badelatschen. Das ist der Anorak. Das ist der Schuh. Das ist der Schuh. Das ist die Mütze. Das ist der Schuh. Das sind die Handschuhe. Das ist der Mantel. Das ist der Wintermantel. Das ist der Schal. Das ist die Mütze. Das ist die Unterhose. Das ist der Badeanzug. Das ist der Regenschirm. Das ist die Tasse. Das ist das Nachthemd. Das ist der Pyjama. Egy kérdésem van. Mi ennek a szónak a második jelentése? Az első jelentését itt láthatjuk a képen. Mondd ki! Igen, a táska. És mi a második jelentése? Ebben segít a következő szó. Das ist das Tassmituch. Das ist das Tassmituch. Das ist das Tassmituch. Tehát mi a második jelentése a die Tasse-szónak? Mondd ki! Bizony, a zseb. Dankeschön. Das war's für heute. Bis morgen. Tschüss!